Ich hole jetzt was zu essen, nur für mich, weil du nichts willst. Nee. Für dich nichts. Gar nichts. Nein. Auch nichts zum Trinken. Nee. Okay, abgespeichert. Komm zurück und hab keine Probleme. Ja. Sobald ich die Türe geschlossen hab, gibt's nichts für dich zum Essen. Nur für mich. Ja. Immer noch? Ja. Immer noch? Ja. Ja. Also ich habe wirklich keinen Hunger, aber teste jetzt mal, ob er mir trotzdem was zu essen mitbringt, weil wenn er Essen dabei hat, esse ich immer von seinem Essen. Wenn er das macht, test bestanden. Husband Material. Er hat zwei Getränke. Hallo Schatz. Hallo Schatz. Und war voll. Eiskaramell Macchato. Bäh. Ja, war Chocolat Chip. Du wolltest nichts? Mehr für mich? Doppelte Menge. Ist ja nicht für mich. Nee. Du hattest doch mal nicht mehr. Doch gefragt möchtest du was? Deswegen habe ich natürlich den hier für dich mitgebracht. Dankeschön. Dann habe ich für dich hier Cesar Chicken Bowl. Oh ja. Und falls du das nicht willst, kannst du meins nehmen, die Pasta Bowl. Oh mein Gott, Baby, danke. Du hast den Test bestanden. Welchen Test? Gut. Ich nehme die Cesar Chicken. Gott sei Dank. Ja.